James, wir nähern uns. Wo sollen Kate und ich hin? Zum Haupttor. Da soll nichts mehr reinkommen. Mir ist schon klar, dass ich hier das Kommando habe. Und wir werden Carmine im Stadtzentrum unterstützen. Dass wir wieder hier sind. Wir haben unsere Pflicht getan. Find dich einfach damit ab. Abfinden, Alter. Bei uns, jetzt nicht. Cole, wirf einen Blick nach draußen. Oh, shit. Gut festhalten. Raus hier, los, los! Geil, los! Wichter, nach! Wir haben den Fenster. Geil, komm hierüber! Schadee! Ich seh' dich! Ich kann mich nicht verwegen! Halt durch, Kroll! Stell, Fass! Wir sind festgenagelt! Unterwegs! Hier oben sind Laufen! Shit, hier unten sind auch welche! Mal mit diesem Dürrn! Alter, Sam! Jell, wo bist du? Haltet durch! Wir beeilen uns ja schon! Fahr auf, 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 auf! Jell, wir müssen da runter! Wir werden in Stücke gerissen, Mann! Ich weiß, ich weiß! Halt das Scheißdingen von mir runter! Das war der Letzte. Danke. Und jetzt, holt uns hier raus. Fass, holt Kroll! Danke. Tja, schöne Scheiße. Bert, unser Raven ist abgestürzt. Stellst du uns so kaum einen durch? Geht leider nichts. Ein Funkgerät ist aus. Ist er okay? Ich seh' ihn beim zentralen Ramp. Er wehrt sich, aber der Schwarm ist überall. Beallt euch, wenn's geht! Sind unterwegs! Los, Delta. Verschwinden wir. Das Zentrum ist weiter, als ich gehofft hatte. Dann sollten wir lieber los, Delta. Okay, hier lang. X, Wormack auf unserer Position! Ich möchte diejenigen gegen ihn ein. Geht ihr zum Karmine! Roger! So weit wir hier fertig sind! Die Tod haben sich verschandt. Checkt! Blendet ihn! Impuls! Alles sauber! An alle Evakuierungsfahrzeuge! Fahrt ins Zentrum! Haltet nicht an! Rizzy, hier Delta! In der Siedlung ist ein Swarmack! Bleibt mit dem Konvoi auf Abstand! Ach, Delta! Ich wollte hier noch ein paar Runden drehen! Und Vorsicht, Corporal! Sie sind schneller, als sie aussehen! Delta, Ende! Ein Konvoi! Ja, scheint blüssig zu sein, so schnell wie der ist! Sie ist unsere beste Fahrerin! Das Problem dabei ist, sie weiß es! Alle zurückbleiben! Sie kommen! Feuer einstellen, Private! Wir sind Gears! Mist! Tut mir leid, Lieutenant! Ist nicht schlimm! Was machst du hier? Wir haben unsere DBs verloren und uns hier mit Zivilisten verschanzt. Lizzy! Delta braucht eine Eskorte für Zivilisten! Sektor 8 Wohnkomplex! Verstanden, Delta! Ich drehe ab! Ich danke dafür, Lieutenant! Kein Ding, Private! Los, Delta! Entschuldigen Sie den irrtümlichen Beschuss, Lieutenant! Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Sir! Kommt ihr uns abzuholen? Nein, aber ein Konvoi ist auf dem Weg! Was machen wir nur ohne schützende DBs? Vorsicht da draußen! Roger! Auf geht's, Delta! Sind weitere Siedlungen betroffen? Warum hat Schindlungs nicht gewarnt? Warum hat Schindlungs Du bist verrückt! Wie können wir helfen? Räumt die Straße, Delta. Wir stecken sonst hier fest. Okay, ihr habt sie gehört. An die Arbeit! Genau, ausgeschaltet. Perch, wir helfen dem festgefahrenen Konvoi. Wir brauchen vielleicht Verstärkung. Roger, Delta. Ich leite den Konzor in eure Richtung um. Phoenix, zum letzten Mal. Ich bin hier der Ranghöchste-Offizier. Was bedeutet, dass ich Verstärkung rufe? Ja, Sir. Ich werde das regeln. Ruhe bewahren. Außenmache wird wiederhergeschätzt. Blicken Sie die Waffen gestürzt. Das ist also der Schwarm, hm? Vereindruckt mich jetzt nicht. Ruhe bewahren. Außenmache wird wiederhergeschätzt. Fliegen Sie die Waffen nieder. Keiner macht meine Wagen kaputt. Nur ich mache meine Wagen kaputt. Haff ihn. Ziel erfasst. Kämpft weiter. Nicht nachlassen. Stören Sie sich nicht nachvollziehen. Fah! Verunschaltung von Korb. Eigentum ist ein Verbrechen. Kampfmanöver umge 50%. Du hast es nicht runtergemacht. Scheiße, ein Schein! Okay, dann kommt die Rettung bei uns! JD, dein Kunde ist da. Was brauchst du? Lieutenant Chutani fordert Wechter an. Oh, ist das so? Unterwegs. Spüren Sie nicht den Fliegen! Beschützer! Sichert diese Straße! Wir heben unsere Flüchtlingsschulen-Hotellen! Wir können keine Zivilisten in die Wagen laden, wenn wir keine mehr haben! Blitz! Nur noch einer übrig, Delta! Das war's! Die Straße ist frei! Neugruppieren! Hey, die Straße ist frei! Das rach aber nicht! Da ist ein Springer! Das geht entdeckend! Und achtet auf die Stachel! Der Neugrupp ist frei! Ohne ist zu nehmen! Der Neugrupp! Der Neugrupp ist frei! Füllen Sie sich! Haltet Abstand! Pass doch den Schwanz auf! Er ist tot! Das war's. Wir sind durch. Okay, recht herzlichen Dank. Lizzie, alles klar bei dir? Ja, ich muss nur dieser scheiß Rostlaube zum Laufen kriegen und dann die Zivilisten einsam... Delta, Karmanns Trupp wurde überrannt. Er verschanzt sich mit Zivilisten im Turm. Sie werden nicht lange durchhalten, also verheilt euch! Sie brauchen euch in der Zentrale. Los! Du musst durch den Park. Das Tor befindet sich bei der Treppe. Ihr habt sie gehört. Bewegung! Hey da! Genug Tränchen verdrückt. Hör mal, du hast vielleicht kein Problem auf Unschuldige zu schießen, ich aber schon. Unschuldig, ha? Unschuldig! Leute, die Brandsätze werfen, sind unschuldig! Gut zu wissen! Alle beide! Hört auf damit! Wartet, ich hab davon gehört. Das wart ihr drei? Nicht drei. Einer von uns hat seine DBs unter Kontrolle gehalten. Was ist denn passiert? Wir haben Aufständische identifiziert und eliminiert. Nein, du hast das Feuer auf Demonstranten eröffnet. In jeder Herde wird man aussortiert. Ich weiß, wen ich hier aussortieren würde. Was passiert ist, ist passiert. Konzentrieren wir uns lieber auf die Evakuierung. Verdammt, du hast recht. Da vorne ist der Hub! Scheiße, Carmine hat definitiv Probleme. Verdammt, der Schwarm greift auch unsere Kondors an. Ja, der ist sicher wegen dem verdammten Swarmek abgestürzt. Jeder Kondor, den wir verlieren, bedeutet weniger Verstärkung. Verstärkung. Hier geht's durch! Oh shit, ein Asher. Wenn der in den Hub gelangt hat Carmine ein echtes Problem. Los! Hey, Larven! Schaltet sie aus! Ich schlag nur ein! Die Departver müssen weg! Das war die letzte. Delta, Carmine's Funk geht wieder. Ich stell ihn durch. Phoenix, ich hab nur noch einen Satz, DBs. Wo zum Teufel bist du? Durchhalten, Sarge. Wir sind fast da. Okay, Carmine ist mit den Zivilisten in diesem Turm. Zeugen wir diesen DBs, wie das geht. Säubert den Platz! Scheiße, es geht denn überall! Nicht nachlassen! Oh, Scheiße! Wuhu! Yeah! Komm schon, Baby! Brauchst du was? Ich denke nämlich schon! Sie haben den Turm! Das muss reichen! Schaltet sie weiter aus! Frag, raus! Frag, raus! Schwenker! Frag, raus! Gute Arbeit, Delta. Das war's. Carmine, bleibt gesichert. Danke, Delta. Aber da kommen noch mehr Feinde zu euch. Hey, unser Nachschub ist immer noch da draußen. Also guckt mal, was ihr mit Bairns neuen Lantern anstellen könnt. Roger, kümmert ihr euch um die Zivilisten. Wir kümmern uns um den Rest. Oh, was haben wir da? Oh, Granatlenzer. Wo zum Teufel den Baird die Zeit her? Hier, ran an die Buletten. Da kommen sie. Okay, Delta. Knallen wir sie ab. Aufgescheuertet. Oh, heiß. Oh, scheiße. Ein Cyan. Woohoohoo. Yeah, baby. Aufgescheuertet. 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 Hey, seid links herup. Scheiße, sind das viele. Ich hab noch ein paar Kondos übrig. Welche Verstärkung brauchst du? Schickt uns Hürden. Alles klar, sein uns nach links. Banat, her aus. Kann man übergeben, ausgeführt. Ja, das ist ganz nach meinem Geschmack. Ich wollte nur sagen, dass ich Siedlung zwei wirklich hasse. Schickt uns bei mir. Ja, das ist ganz nachended. Ja, das ist ganz nach meinem Geschmack. Ja, das ist ganz nach dem Baird. Ich bin erledigt. Gute Arbeit, Delta. Das war's. Carmine, Platz gesichert. Danke, Delta. Aber da kommen noch mehr Feinde zu euch. Hey, unser Nachschub ist immer noch da draußen. Also guckt mal, was ihr mit Bairns neuen Lanzern anstellen könnt. Roger, kümmert ihr euch um die Zivilisten. Wir kümmern uns um den Rest. Oh, was haben wir da? Oh, Granatlenzer. Wo zum Teufel in Baird die Zeit her? Da kommen sie! Okay, Delta. Knallen wir sie ab! Nächster! Verdammt! Oh, Scheiß! Kein Zeilen! Juhu-hu-hu! Yeah, baby! Scheiße sind das viele! Ich hab noch ein paar Kondors übrig. Welche Verstärkung brauchst du? Verfolger wären gut! In der Tat! Verfolger wären gut! Ich muss nur sagen, dass ich sieg' uns zwei will, mich hasse! Er ist groß! Versucht, ihr den Crew-Train zu stoppen? Na raus, wirklich! Kommt schon, ihr Wichser! Wollt ihr kämpfen? Dann los! Ich muss nur sagen, ihr könnt, ihr könnt. Jetzt steh ich noch! Ich bin doch mal, ihr könnt! Zwei Körleger! 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 Ah! Sie greifen uns von rechts an! Jo! Irgendwer muss an den Turm! Hab sie! Bistock! Verzey Garnason! Das muss reichen. 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 Hey, das muss reichen. 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 Lütter, ich werde für die Evaluierung aufsessen. Nein, nein, weg hier! Es ist nicht sicher! Wir wurden getroffen! Mähtig, mähtig, mähtig! Shit, Raven getroffen! Auf zur Absturzstelle!